das rote blinkt jetzt bitte nochmal jetzt alles nochmal wechsel aber auf pistole wir müssen hier leise sein soll ich einfach mal versuchen da durchzukommen soll ich hier warten ja ich warte hier sicher deinen rücken in der ninja ich bin mit denen das ist extrem geil was soll ich da machen ich komme nicht so schnell durch ja gut dann warte ich dahinten und dann versuchst du durchzucker ich versuchs ich bin aber schlecht so was das ist nicht die falken augen eines profis nein kein fall ich bin eher so taube wenn du weißt was ich meine ich dachte du wolltest warten ich bin durch warte mal ab ich komme nach ich schaff das hier gerade und in dem moment stirbst du mich verarschen doch mal willst du mich verarschen kannst du nicht mal warten ich will das schaffen wie er sich freut wie diebisch er sich freut doch ach Ach. Lol. Hammer. Kein Problem. Ist ja nochmal gut gegangen. Wir haben noch keinen Alarm, oder? Nö. Ich mache das Licht aus. Achtung an alle. Ist ja noch allgemeiner Alarm. Achtung an alle. Und dann kommt nichts mehr. Ach hier, Waffen. Aha. Das war schon ganz der Zwischenspeicher. Ich möchte die Pumpe auf upgraden. Wieso? Wie kann man die denn upgraden? Da steht mit X Upgrade. Das geht nicht. Doch. Nein, das geht nicht. Doch. Wie soll das gehen? Du gehst auf die Waffe und dann steht da unten mit X Upgrade. Äh, wie komme ich denn eigentlich von Pistolen weg? Mit RT und LT. Achso. Oh, eine Uzi. Ich habe meine... Geil. Ich habe meine... Shotgun komplett aufgerüstet. Richtig geil. Und auch noch bitte die Pistole aufgerüstet. Fuck yeah, ich auch, ey. Die Pistole habe ich eigentlich. Die Sniper. Boah, die Pistole sieht jetzt richtig, richtig Gangster aus. Hammer. Da. Da-da. Ach, die sind aber schon ein bisschen alarmiert, muss ich sagen. So. Tatsache, die sieht jetzt echt anders aus. 18 Schuss habe ich jetzt? Das hat echt was gebracht gehabt da. Ja, Mann. Der Profi entdeckt sowas direkt. Ja, ist klar. Ja. Oh, sogar mit einem inneren Fadenkreuz jetzt noch. Alter, wie geil ist das denn? Aber es bringt nichts. Ich habe auch genau auf den Kopf gezählt, er hat daneben geschossen. Egal. Immer in einem realistischen Streichschuss mehr im Magazin. Das ist auch schon mal was. Die Lichter können wir leider nicht ausmachen. Du hast aber die linke Pistole, ne? Ich habe die rechte Pistole. Ja, ist trotzdem so. Die Upgrades sind ja die gleichen. Das ist kacke, dass man die Lampen nicht ausschießen kann. Was zur Hölle ist das jetzt hier, ey? Noch haben sie es nicht gemerkt, dass ich ihn abgeschossen habe. Na gut. Ich dachte, du bist schneller. Ja, mal sehen. Dann hätte ich nämlich nur noch einen Sicherheitsschuss gemacht. So war das gerade gedacht. Ja, das war aber sowieso nur ein Sicherheitsschuss, ey. So. EMPs reintun. Ja, natürlich brauchen wir zwei. Und das sind genau zwei. Und nicht vier oder drei. Ja, wurde aber eben auch gesagt. Oh, liefarmene Briefbeschwerung. Wo müssen wir hin? Alles nicht. Die neue Pumpe ist aber geil. Wir müssen in die Richtung vorgehen. Hat aber immer noch acht Schuss, ey. Hallo. Vielleicht konnte man bei dir irgendwie Magazingröße ändern. Also aufwerten. Nee. Bei dir? Äh. Ah, ich kann übelst krass zoomen mit der Flinte jetzt, ey. Hey, kommt raus. Komm, holt die Pumpe. Wir warten noch. Wir haben hier ein Problem. Ausschwärmen. Sofort den gesamten Bereich durchsuchen. Wo müssen wir denn hier hin, ey? Hier ist, glaube ich, ne Sackkasse. Nein, nach oben kann man. Warte mal. Da, hier geht's hoch. Das hier Assassin's Creed, ey. Mal. Folgst du mir? Ja. Fuck. Jetzt schießen die mich hier von der... Ich versuch, die zu deffen. Ich zieh das Feuer auf mich. Ja, bin dabei gestorben. Ja, ich bin einfach... Riesig abgestürzt. Harte Absturz, ey. Wir werden schon wieder ein Zwischenspeicher eben, ne? Nur mal so. Jetzt ist das Zwischenspeichern echt heftig. Alle fünf Sekunden. Guck mal. Jetzt müssen wir ja wieder hier raus. Jetzt kommen gleich die Fredis, ne? Die Fredi-Armee kommt da gleich wieder. Wir empfangen verstärken, die von den Leibnizern... Wir only Freds, ey. Die Freds? Das ist die neue Band, die gegründet wurde. Einfach wegpumpen, die Typen. Ihr seid keine... Vorher können sie nichts machen. Boah, ihr seid keine Gegner. Habt noch mehr, ey. Yo. Nein. Die Lampe war so automatisch geschützt, ne? Hinterhalb. Was seid ihr in den Zähnen? Du wirst hier sterben, mein Freund. Hältst du mich für so bescheuert? Hinterher sieb? Ihr beiden wollt uns? Dann müsst ihr schon kommen und uns holen. Scheißen, in der Versuch. Aber das zieht nicht. Stimmt. Oh, tschuldigung. Bin ich wieder unsichtbar? Alter, das ist doch auch geil hier beim Kacken. Guck mal. Ein Kopfschuss nach dem anderen. Easy ist dat. Mit dieser neu gewonnenen Genauigkeit ist man sogar fast nicht mehr Stormtrooper, ey. Komm jetzt mal nach. Versuch mal nicht währenddessen ein Attack zu wehren. Fuuuck. So fehlt das? Das Ding folgt irgendwie mal hin. Okay, ich bin noch nicht am... vorbei. Es ist noch nicht zu Ende. Wo rennen wir gleich hin? Wo rennen wir hin? Wo rennen wir hin? Weiß nicht. Ach, der trifft nicht. Es ist vorbei, Suka. Werfe Blatt-Kanate. Alter, die geben es uns aber richtig, ey. Lass mal hier runter. Folg mir mal einfach. Wir müssen da gar nicht lang. Komm mit. Wir müssen nur die Salven von dieser Automatik-Kanone abwarten hier. Dat war dat. Diese Automatik-Geschütze, die sind so schlimm. Ähm. Easy, da ist kein Automatik-Geschütz. Das ist da ganz oben. Oh. Wo müssen wir jetzt deiner Meinung nach hin? Ich sag, wir müssen... ...nach oben. Okay. Das ist bloß eine Lampe, die kann uns ruhig sehen. Scheiße, ich bin ja gar kein Auditore. Ich kann ja gar nicht hochklettern, ey. Ist das da oben auch nur eine Lampe? Ja, aber das sind Jungs. Kannst du den Jungen da oben ausschalten? Er zappelt ein bisschen zu viel. Ich schieße mit drauf, auf drei. Eins, zwei, drei. Ich kann das den ganzen Tag. Das zappeln? Ja. Ja. Da oben sind noch drei Joes. Ja, ja, ich weiß. Den oben, ganz oben, habe ich auch ausgeschaltet. Jetzt haben wir nur noch das Automatik-Geschütz, auf das wir jetzt kommen. Das da ist tatsächlich das Automatik-Geschütz. Da ist noch einer oben. Okay. Folgst du mir? Ja, ja. Direkt hinter dir. Ich bin im Würgergriff. Und? Werde ich? Lol, was ist denn hier los? Mach das Licht aus. Ähm, lol? Wie, wie haben wir... Ach so, da unten. Der hat mich von unten getroffen. Wir sind hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Irgendwie schon, ey. Okay, jetzt sind wir aber relativ safe. Relativ, wenn wir richtig stehen. Die Frage ist, wie kommen wir hier weg? Okay, an dem Rohr kann man wieder höher klettern. Dann kann man das Ding irgendwie deaktivieren, ey. Nope. Hey, süßer. Okay, wir müssen hier lang. Okay. Mach du schon mal, soll ich... Habt es mit Vorfis zu tot. Pfff, oh, oh, da sind richtig viele. Soll ich noch ein paar ausschalten hier, oder? Oh, ich glaube, ich bin tot. Ja, so ein bisschen, alter. Leute, du bist ganz unten. Ja, komm runter. Ich bin direkt gestorben. Nein, ich bin direkt gestorben. Scheiße. Was soll ich da machen, jetzt mal ernsthaft. Was? Ja, erstmal warten, ey. Die haben mich out of position einfach gecatcht. Gott. Passiert. Den Tristanern? Was war das denn für eine Fancy-Roll, ey. Einfach voll Bleipumpen, fertig. Schau mal, das Licht aus, ja. Bist du hastig? Du hastig bist du. Ja, du bist wieder aufgestanden, ne? Weil da 50 um mich rumstanden, du wärst da gar nicht hingekommen. Ich musste was versuchen. Nein, man steht erst auf, wenn der Freund erst in der Nähe ist, überhaupt irgendwas zu tun. Sonst ist das einfach nur Suizid. Ich hoffe den Iranern gefallen, ihre olifarbenen Briefbeschwerer. Archer, Kestrel, wir empfangen verstärkten Punktverkehr von den Leitwächtern des Generals. Sie müssen da sofort raus. Es ist ein Wartungsschatz gleich neben dem Datenarquee. Bewegung! So leicht entkommt sie mir nicht. Wir gehen da nicht rein. Wie war das? Da müsst ihr euch was Besseres einfallen lassen. Glaubt ihr, wir marschieren da einfach rein? Du bist zu hastig. Ich warte das Licht ab. Ja, die haben auch Taschenlappen. Das ist das, was dich eben entdeckt hat, ne? Ne, es war das Licht. Ihr seid Idioten, wir spazieren doch nicht auf die Schlachtbank. Hey, kommt raus! Kommt, holt uns! Wir warten auf euch! Kommt! Sei kein Narr! Sie versuchen, dich anzulocken! Ich glaube, er hat einen... Ich glaube, er hat einen... Ich... Oh! Ach! Alles klar bei dir? Ja, ja. Ihr beiden wollt unten! So, ich hab drei ausgeschaltet. Unten geht's nicht mehr weiter. Unten hab ich auch noch einen. Wir haben Zeit! Wenn ihr was wollt, dann kommt! Da! Wir waren der Treppe! So schlau, wie ihr glaubt! Wir gehen da nicht rein! Das ist ein Befehl! Kommst du? Wo bist du? Hier, da ist die Selbstschussanlage. Da müssen wir aufpassen. Wie weit kann die sich bitte drehen? Da! Puh! Alles okay bei dir? Ja, ja. Der ist tot da unten. So, einer. So. Alter. Der Scheiß-Sniper, ey. Hammer. Gefällt dir das, Volatsch? Hey, hier geht's weiter. Ich will diesen Typen umlegen. Hammer! Ja, endlich, ey. Hier ist sicher. Kommst du? Ui, 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 ui. Wenn die uns wollen, sollen sie uns holen können. Och. Hey, sie... Zeid mir dein hässliches Gesang. Du musst wieder ein bisschen zurück. Ich muss rüber. Wir müssen hier hin. Ihr haltet euch für schlau, was? Ihr habt es mit Profis zu tun. Komm schon mal hoch. Du siehst rechts auf der Seite die ganzen Heinz, ne? Was machen wir jetzt? Unter uns sind noch welche. Unter uns sind welche. Die können wir erstmal ausschalten. Siehst du ihn? Ja, und ich sehe den rechts. Wo ist noch einer? Oh, den habe ich nicht gesehen. Den kriege ich von hier nicht aus dem Winkel. Kriegst du den unten rechts? Rechts. Ich hoffe. Der, der unter dir ist quasi, den nehme ich dann. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ah, wieder Stormtrooper-Action hier. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich fall hier gleich runter. Ja. Schade. Da kann ich nix machen. Die kriegt man aber auch nicht von unserer anderen Position, wenn wir nicht klettern. Weißt du? Ja. Was soll man machen? Du kriegst grad so entnervt. Wir schauen. Dass die auch so langsam nur aufstehen, Alter. Och, und aus. Wie kann ich so einfach nochmal zielen? Hm? Zielen. Ja, mit RT. Ja, T schieße ich. Ey, mit... Da, wo du zoomst und so. Hä? Ja, und das rote Fadenkreuz krieg. Ja, musst du auf deinen rechten Control-Stick drücken. Halte die uns für so dunkle Aknung. Mutschieb. Hammer. Das sind aber ein bisschen viele, die jetzt hier auf uns schießen. Ich hab mich geopfert, damit du überlebst. Mich draufgelegt. Mann. Was ist doch nicht... Das ist doch nicht mehr normal. Was sagen sie alle? Ist doch nicht mehr normal, ist das, ey. Ich war dein Miet-Shield. Hat doch funktioniert. Und... Aus. Ich sagte, und aus. Ach ja Und Zack Wir können jetzt diesmal aber schon eine große Menge ausschalten Ach komm Ich steh auf und fall direkt wieder um Alles klar Ja schon klar Toll Ich kann das den ganzen Tag Magazinwechsel Feuerschutz Kletterpartie ey Was ist mit dir? Ich klettere Warum? Ich habe in meinem Leben noch nie solche Feindlinge gesehen Ich habe noch nicht gefunden Ich halte hier wach Gute Granate Los ihr Spasten Kommt und holt euch eure Mammuschka Kannst du mich mal eben defn Ich kann den Turm steuern Belieb mich bitte wieder Ganz ruhig Ganz ruhig Danke Gute Okay Hier ist alles fertig gemacht Ach komm Ich wollte da nicht hin Wie wär's mit rechts rum General Custer Wer ist mit rechts rum? Auch Schroflinte wechseln Hey Wir haben doch schon maximal aufgerüstet Warum bist du da wieder in Waffenlager? Vielleicht möchte ich ja mal eine andere Waffe nehmen Da wirst die Pumpe nicht mehr wirklich. Okay, die machen wir leise aus. Auf Mike Tyson. What? Okay, so eine Räume sind mir schon viel angenehmer als die Kletterpartie eben, ey. Oh shit, das sind ja richtig viele. Wow, hast du auch gerade gesehen. Eine Granate. Aber ich glaube, ich habe einige mit meiner erwischt, ey. Oh shit. Kein Problem. Lass uns oben rangehen. Mehr Überblick und so. Mache mal Licht aus. Wann war das? Die Pumpe aus dem Nix war das. Die Pumpe aus den Schatten. Das ist er. Bleib mal da oben. Ja, ich bleib da oben. Ich lock das Feuer mal ein bisschen hier unten auf mich. Hast du frei als Schussfeld? Ja, die laufen mir sowieso mit mir die ganze Zeit vor die Flinte. Ich mache derweil mal die Lampen aus, wenn du mich ein bisschen defst. Oh, ich bin am Boden. Wo bist du? Oh shit. Ich teste das Feuer mal runter. Hey, es reicht. Ihr könnt jetzt aufgeben. Oh shit. Und der ist gleicher Henk. Bis zum nächsten Mal.